Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kalbsbrühe. Eine Kalbsbrühe ist eine Grundlage für viele Fonds. Die eigenständige Variante mit Bärlauch entstammt dem Stern Nummer 15 vom 3. April 2014 und ist als badisches Gericht aus Freiburg im Breisgau deklariert. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwiebel, Möhre, ein Stück Knollensellerie, Lauch, je ein Kilogramm Kalbfleisch und ein Kilogramm Kalbfleischknochen, Pimentkorn, zwei Nelken, 1-4 Lorbeerblatt, Zwiebel, Knoblauchzehe, Pfefferkörner, frisch gemahlenes Meersalz, 3 Liter Wasser. Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Topf, Messer, Schneidebrett, feiner Schaumlöffel, Schaumkelle, Großes Sieb, Feinsieb mit Passiertuch, Aluminiumfolie. Zubereitung Zwiebel nicht schälen, nur den Schmutz entfernen. Halbieren und auf einer sehr heißen Herdplatte etwas Aluminiumfolie auslegen und darauf die Schnittfläche der Zwiebel fast schwarz rösten lassen, dies gibt der Brühe eine schöne, dunkle Farbe. Alternativ, die Zwiebel in einer heißen Pfanne mit etwas Rapsöl dunkelbraun rösten. Das restliche Wurzelgemüse und die Knoblauchzehe putzen und in Stücke schneiden. Alle Zutaten mit 3 Litern kaltem Wasser in einen großen Topf geben und für 2 Stunden leicht köcheln lassen. Aufwallen lassen und der sich bildende Schaum permanent mit einer Schaumkelle abheben. Durch ein großes Sieb abgießen und anschließend die Brühe erneut durch ein mit einem Passiertuch ausgelegtes Feinsieb abseihen. Er gibt ca. 2 Liter Flüssigkeit. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, Anmerkung beachten, und heiß servieren. Wichtige Anmerkung Sollte die Brühe als Grundlage eines Fonds dienen, diese Brühe niemals salzen und pfeffern. Als Beilagen eignen sich Butterbrot mit Bärlauch belegt. Diese Varianten gibt es. Badische Variante Siehe Einleitungstext Die Köchelzeit auf 4 bis 8 Stunden erhöhen Nach 2 Stunden 300 ml trockener Weißwein zugeben 50 bis 80 g Bärlauch waschen In feine Streifen schneiden Und in einem hohen Gefäß mit 300 bis 400 ml Wein pürieren Alles zur Brühe geben Rinderbrühe Weitere Fonds und Brühen Brühen und Fonds Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!